Musik 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 Da ist eh noch, geben Sie Leben, zu Leben, zu Leben! Ja, ich will vorhin genau so Sachen. Ihr seht es so, wenn Zugangskrieg in Bruchweiler es gibt nicht nur einen Straußbube, es gibt einen Straußmähre. Frauenpower, jawohl! So ist recht, die Zeiten sind vorbei, wo es nur die Männer vorbehalten waren. Und ohne die Schienenmähre, jetzt trieb wir also einer. So, machen wir weiter? Herr liebe Leid! Hallo? Hallo? Herr Fussballer dahinter, aber du musst das schnaubeln ein bisschen. So, ihr liebe Leid, wenn im September über dem Dorf mit dem Duft von Mädchenkuchen steht, je in ein neues Glädchenkäfer geht, die Männer, die Schlucker locker machen, die Kinder sind von der Kette und lassen es krachen. Dann, ja dann ist es soweit, dann brächt auch ein Bruchweiler die Kerbezeit. Kumpsch aus dem Mathe, aus dem Wächter, Oste oder Süde, am Sonntag du den Blässt durch Bruchweiler müde. Und was sich des verschädigt sei, die heut beginnt, wenn der am hoch eiligsten Bruchweiler des Gerbequetschen Urpark auf einer Feiertag der Scholle und Bier die Kehlen erbringt. Und erst am Montag, wenn die letzte Schoppe getrunken, die letzte Brotwurstfahrt fahre, die letzte Brotschüsse und die letzte rotzig, verrotzig, Brotwurst gesse ich, dann wird wieder jedem klar, dass die Bruchweiler der Kerbe etwas ganz Besonderes ist und war. Die Bruchweiler der Kerbe soll leben, soll leben, soll leben, soll leben und soll in der Leben. So zu sehen, sei vor, so zu sehen, so zu sehen, sei vor, so zu sehen, hält sich sicher und du lässt sich nichts traurieren. So zu sehen, wie sie Menschen nicht unterhalten können? Vielen Dank.